Wir schauen auf die Natur und wie es die Natur macht. Und in der Natur gibt es schon mal ganz viele Pflanzen nicht, die wir normal finden. Also wenn wir in den Supermarkt gehen zum Beispiel, diese ganzen Früchte, die wir erst sehen und diese ganzen Gemüsesorten, die sind alle kultiviert. Und durch diese Kultivierung des Obstes zum Beispiel ist das alles in eine Richtung gegangen, dass man viel Wasser hat und viel Zucker. Also jede Frucht hat viel, viel mehr Wasser und viel, viel mehr Zucker als die Urfrucht, woraus sie gezüchtet wurde. So, das ist nur ein Beispiel. Das kann man bei Gemüse genauso machen. Wenn man jetzt jedes Gemüse, wenn ich mir jetzt eine Paprika angucke oder egal welches Gemüse, das kommt alles, also es ist nicht auf einmal so aufgeploppt. Das sind jahrhundertelange Züchtungen, wo wir eigentlich im Ursprung Wildkräuter hatten zum Beispiel oder Beeren, Wildheidelbeeren und so weiter. Wenn ich jetzt eine Wildheidelbeere nehme, die ist so klein und wenn ich daneben eine Blaubeere aus Peru nehme, die immer im Supermarkt ist, die ist so groß. Die Wildheidelbeere, ich mache einmal zack, es ist alles lila und das weiße T-Shirt, was ich anhabe, kann ich für immer vergessen. Und die Blaubeere, wenn ich die aufmache, ist die weiß. Also jedes Lebensmittel, was so viel Farbe hat wie so eine Wildheidelbeere, ist voll, voll mit sekundären Pflanzenstoffen, voll mit Vitaminen, mit so vielen Stoffen, die wir gar nicht kennen. So auch. Und so eine weiße Blaubeere, da ist kaum was drin. Da ist sehr viel Wasser drin, die ist groß, die schmeckt viel süßer und ist nicht mehr ganz so sauer. Die hat viel weniger Schale, wo die meisten Nährstoffe drin sind. Und das ist im Supermarkt fast überall so. Und in der Natur würde es diese Blaubeere gar nicht geben. Da gibt es halt eine Wildheidelbeere. Und so ist das eben auch mit vielen Gemüsen. Die würde es auch in der Natur nicht geben. Da gibt es halt Wildkräuter. Und wenn man jetzt mal guckt, woraus ist unsere Ernährung aufgebaut, also besonders wenn man sich pflanzlicher ernähren möchte und dann sehe, okay, ja, okay, das Gemüse ist total verzüchtet, das Obst ist total verzüchtet. Ja, und die Grundnahrungsmittel, Getreide, Hülsenfrüchte, was mit denen? Vertragen viele Menschen nicht. So, das ist einfach genau das Gleiche da. Wenn ich, wenn ich jetzt mir angucke, welche Getreideprodukte gibt es in der Gesellschaft, dann ist man erstmal da beim Weißmehl aus Weizen. Also Weizen ist an sich schon mal kein ursprüngliches Getreide. Dieses wurde lange gezüchtet, dass es dicker ist, voluminöser ist, mehr Ertrag bringt. Es hat eine komplett andere Aminosäurenstruktur. Es hat einen anderen Glutenaufbau als dieses unverzüchtete Urgras. Und dann entferne ich von diesem Weizen sogar noch komplett diese Schale, wo die ganzen Mineralien drin sitzen und die Vitamine und nehme nur das Innere, so wie das Weiße von der Blaubeere. Und es bleibt nicht mehr viel über, außer, wenn ich da einen Geschmack reinbringe, ein leckerer Pizzateig, tolle Spaghetti, weiße Brötchen und so weiter. Das sind so die Grundlagen von unserer westlichen Ernährung, auch von Menschen, die Fleisch essen natürlich, nicht nur von Veganern oder Vegetariern. Das heißt, wir haben quasi die Lebensmittel verzüchtet, sodass wir keine Nährstoffe, die wesentlichen Sachen Nährstoffe mit drin haben. Wir haben zwar viele Lebensmittel und wir sind alle voll, aber wir sind nicht genährt. Das ist sehr oft so. Also wenn man ganz stark übergewichtig ist, hat man in der Regel ja auch einen Nährstoffmangel. Es ist also viele Makronährstoffe, wenig Mikronährstoffe. Deswegen immer mehr, immer mehr. Und die Alternative von quasi den Ökos, die Frischkornbrei essen und aus den 70ern und 80ern Vollkornbrot selber backen, ist eben, okay, Weißmehl ist schlimm, jetzt nehme ich Vollkorn. Und wenn man jetzt die meisten Menschen fragt, hey, würdest du eine Vollkorn-Spaghetti essen wollen oder eine Weißmehl-Spaghetti, dann sagen die Menschen, boah, das liegt mir aber schwer im Magen, Vollkorn-Spaghetti, das ist mir zu schwer. Und das stimmt. Die Leute können Vollkorn nicht so gut verdauen, weil da das einfach ganz, ganz viele Mechanismen da sind, damit man das bloß nicht isst, dieses Vollkorn. Du meinst von dem Korn an sich, das währt sich quasi da gegessen zu werden? Auf jeden Fall. Das hat ja ein Interesse. Das möchte ja im nächsten Jahr wieder wachsen. Und dadurch schützt es sich. Die Stoffe sind gebunden. Die Mineralien sind auch gebunden an andere Stoffe. Die sind fest. Und es gibt ganz viele, also es ist nicht schlimm, Vollkorn zu essen. Wie gesagt, ich möchte da keine Panik machen. Das muss ich immer dazu sagen. So ist es nicht schlimm, mal Vollkorn zu essen. Aber wenn man das als Grundlage der Ernährung nimmt, dann gibt es viele Menschen, die irgendwann Probleme haben mit der Verdauung. Jeder hat bestimmt irgendjemand im Umfeld, der sagt, er hätte irgendwie eine Glutenunverträglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Jeder hat Glutenunverträglichkeit. Jeder hat Glutenunverträglichkeit. Ich habe mich selber auch schon dabei erwischt. Ich denke mir so, hä, aber ich habe doch, ich meine im Brotland Deutschland ist doch jeder Brot. Und warum hat man jetzt auf einmal damit so Probleme? Ja. Also du sagst, es liegt eigentlich an anderen Stoffen und nicht am Gluten. Mit beides. Also es liegt viel an den FODMAPs. Es ist eine Kombination aus vielen. Es liegt aber auch an der Glutenstruktur. Also modernes Getreide hat eine andere Glutenstruktur. Also Gluten ist nur ein Name für das Eiweiß in Getreide. So, das hat man sich halt ausgedacht dann so. Deswegen hat Hafer halt kein Gluten. Weil dann nimmt man das halt anders. Dann nimmt man das Avenin und nicht Gluten. Also wir haben uns das ausgedacht so. Und wir nennen alles Gluten. Jedes Getreide hat Gluten. Nun ist es aber so, dass es unendlich viele verschiedene Gluten gibt. So gesehen. Also es gibt andere Zusammensetzungen. Und im modernen gezüchteten Getreide ist eben das Gluten häufig ein Problem. Und in Urgetreide, also dem unverzüchteten Süßgrasfrüchten, ist es so, dass die Glutenstruktur anders ist. Da ist zum Beispiel kein Gliadin enthalten. Und deswegen vertragen Menschen das dann gut. Also wenn man jetzt Menschen, die sagen, ich habe Symptome und vertrage Getreide nicht gut wegen dem Gluten, Urgetreide gibt, zum Beispiel Oberkummer Rotkorn, wo kein Gliadin enthalten ist, dann vertragen die das auf einmal schon. Also es ist eigentlich eine Gliadin-Unverträglichkeit vielleicht. Das ist ein Punkt. Es ist schon eigenartig und Leuten fällt es ja auch auf, dass auf einmal auch Kinder irgendwie mehr Unverträglichkeiten hatten als noch vor 30 Jahren. Ja, ja. Also von dem her. Es gibt ganz viele Gründe dafür natürlich. Ja, natürlich. Das ist nicht monokausal. Nur ich denke schon, dass die Ernährung ein wesentlicher Punkt an der Stelle ist. Und ich gebe dir recht natürlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass da eine böse Absicht dahinter steckt. Es ist eigentlich eher so die Gegebenheiten, so wie sie sind. Ja. Und das Witzige ist dann, dass diese Unverträglichkeiten, die man dann Gluten zuordnet, auf einmal nichts mit Gluten zu tun haben, wenn man placebo-kontrollierte Studien macht oder so. Und es ist einfach so, dass da viele Sachen zusammenkommen. Es ist eher so, ich vertrage das Weißmehlbrötchen nicht als Ganzes, als das, was es ist. Nicht wegen X, sondern das Brötchen da vertrage ich nicht. Ein anderes Brötchen würde ich vielleicht vertragen, aber das vertrage ich jetzt nicht. Aber das kriegt man nicht leicht hin im Kopf. Man möchte einen Erklärungsansatz schnell haben. Bei gekeimtem Getreide ist das anders. Wir haben zum Beispiel bestimmte B-Vitamine, die dafür da sind, dass wir Stärke gut verdauen können. Ja, also Getreide, also in jedem Brötchen und so weiter, ist ja viel Stärke enthalten. So, die Stärke können wir in einem Vollkornprodukt und in einem Weißmehlprodukt gar nicht adäquat verdauen. Dafür haben wir gar nicht genug Enzyme. Also wir haben nicht genug Amylase im Speichel zum Beispiel. Und es ist so, dass B-Vitamine dabei helfen dann, diese Stärke gut zu verdauen. Und die potenzieren sich durch den Keimprozess. Das heißt, das unterstütze ich. Aber es sind auch andere Prozesse. Zum Beispiel ist die Enzymaktivität von der Alpha-Amylase, also dem gleichen Enzym, was im Speichel ist, in gekeimtem Getreide 125 Mal höher als in ungekeimtem Getreide. Muss man sich mal vor Augen führen. Also es sind so viele Prozesse, warum das gut ist. Und dann kann jemand, der auf einmal sagt, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, das Probieren, dieses gekeimte Urgetreide, wo Gluten ja drin ist, namentlich, und hat keine Probleme.